Eine Schweißnaht ist eine komplexe Information, aber eine verschlüsselte. Ein Code. Wenn man ganz genau hinsieht, sogar ein Nanocode. Was sagen Spritzer, Schuppung, Einbrandkaben, Poren über den Schweißprozess? Das verwendete Gas, den Schweißdraht, die Wirtschaftlichkeit der gesamten Prozesskette. Alles, wenn man den Code entschlüsseln kann. Früher sagte man, ein guter Schweißer stellt sein Gerät nach Gehör ein. Heute ist Zuhören wichtiger denn je. Die Werkstoffe werden anspruchsvoller. Die Anforderungen schwieriger. Der wirtschaftliche Druck größer. Der schonende Umgang mit der Umwelt wichtiger. Der Code des Schweißens wird immer komplexer. Das Entschlüsseln des Codes erstreckt sich auf die gesamte Prozesskette. Zuhören, Verstehen und Wissen sind die Voraussetzungen, um diese Prozesse effizienter zu gestalten. Aber warum ist es so wichtig, den Code zu entschlüsseln? Die Sprache des Schweißens. Wir haben die Sprache des Schweißens gelernt, verstanden und weiterentwickelt, um Schweißgeräte zu bauen, die allen Anforderungen heute und in der Zukunft gewachsen sind. Die Zukunft? Entscheidend wird sein, die immer komplexere Sprache des Schweißens in die Sprache des Schweißers zu übersetzen. So einfach wie möglich. Am besten durch nur einen Bedienknopf. Der Code ist entschlüsselt. Die Zukunft des Schweißens hat begonnen. Die Zukunft des Schweißens hat begonnen. Musik 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 Ja